Dankeschön. Mike! Brody! Hey, wie geht's dir, Mann? Hey, wie schön, dass ich dich treffe. Wie geht dieser Witz, den du neulich im Büro erzählt hast? Wirklich, jeder lad sich total schlapp darüber und ich hab ihn noch gar nicht gehört. Ach, du Heiliger. Okay. Ähm, alles klar, der geht so. Ja. Also, eine Frau geht... Okay. Toller Zuhörer. Ich muss gestehen, ich liebe den jetzt schon. Ich liebe den jetzt schon. Total cool, okay. Das sollte gut klappen. Ähm, also, also, eine Frau geht, geht zu einem Doktor. Geht zu einem Doktor? Das ist jetzt schon so winzig. Das ist jetzt schon so winzig. Naja, ich war noch gar nicht bei der Exposition, jedenfalls. Also, sie geht zu einem Doktor und sie, ähm, sie sagt zu dem Doktor, äh, küssen Sie mich. Hä, ha, 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 ha. Das ist noch nicht die Pointe. Das ist, das ist noch nicht, noch nicht die Punchline. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Aufhören, du machst mich so zu verliefert. Also du, du denkst vielleicht, der Witz ist zu Ende, aber das ist er nicht. Er geht gerade erst los. Okay, also ich erzähl doch mal schneller. Sie sagt zu dem Doktor, küssen Sie mich, er geht nicht, das wäre unprofessionell. Nein, 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 noch lange nicht. Sie sagt, er sagt, das wäre unprofessionell. Und dann sagt sie, sie fragt ihn immer wieder und er sagt, nein, nein, nein. Und zwar dreimal fragt sie das. Naja, jedenfalls am Ende sagt sie dann, also küssen Sie mich und er sagt, eigentlich dürfen wir nicht mal leidenschaftlichen Sex miteinander haben. Und dann passiert was. Ich weiß, ich weiß es nicht, dann, ich denke, sie, sie verklagt ihn wegen eines Kunstfehlers. Sie verklagt ihn wegen eines Kunstfehlers. Also du weißt schon, dass das nicht die Punchline war. Das war doch gerade die Punchline. Nein, die Punchline war. Es geht noch weiter. Nein, der ist zu Ende. Der Witz ist zu Ende. Der Witz geht etwa noch weiter. Nein, der Witz ist eigentlich kürzer. Das ist es ja, du hast ihn verdreht. Nein, der ist, der Witz. Du hast ihn verdreht. Der ist kürzer. Der Witz war. Der kann nicht kürzer sein. Die Punchline war das Einzige, worüber du dich nicht totgelacht hast. Was zum Teufel? Du hast mich die ganze Zeit verarscht. Du hast mir die ganze Zeit was vorgespielt. Ja, ja. So unfassbar witzig mit dem Kunstfehler-Teil. Die Kunstfehler-Punchline ist zum Schreiben. Das war doch nicht gespielt. Wie? Was vorgespielt? Was denn? Das ist ja völlig crazy. Das ist ja völlig crazy.